Können wir so machen. Könnte man machen. Und dann steht das auch nicht so gut. Mitten im Raum, weißt du. Dann machen wir mal hier, zack zack, dann hier. Auch noch. Ihr seid alle scheiße. Nee. Ja, du besonderst. Du bist richtig scheiße. Das stimmt. Ich trau dich gleich, Sepp. Okay, kein Schilder mehr. Da hängen noch ein paar. Ich laufe an der Wand hinlang, drehe mich um. Steht so ein Müll in der Mitte. Was du machst? Ich freue mich, was es wird. Ich auch. Kann man Sandsteintreppen machen? Äh, ja. Das sieht noch immer als scheiße aus, ne? Weiß, dann fehlt mir einer. Gib mal einen Sandstein noch. Ein bisschen überladen hier so, ne? Geht besser als zu leer. Okay, das ist jetzt schon wieder behindert. Kein Eisengitter mehr. Also kein Eisengitter machst du dann stattdessen. Guck mal, die Kappel ist da auch nicht. Guck, was er jetzt hier so macht. Ich habe auch keine Gitter. Guck. Weil die Eisengittern ist jetzt komisch. Also oben, die sind komisch. Warte mal, wenn wir einfach nur, wenn wir in die oben weg sind und die an der Seite nur sind... Vielleicht? Ja, also sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich hab den einfach mal nur drangemacht. Runter leg mal jetzt das Deckel. Ja, wenn doch nicht das auf. Warte mal. Ja, vielleicht dann auch mit Eisengitter oder nicht? Oder mit Steinzäun. Das fühlt, glaub ich, auch gut aus. Ja, ich guck mal. Na, ich guck mal, wer da mit Eisengitern aussieht. Dann kannst du ja mal Steinzäune holen. Ja toll, ich hab aber nicht genug Eisengitter jetzt. Ich hab sechs. Ich hab keine mehr. Dann musst du die anderen bauen. Du liegst hier Fleisch rum. Nein, nicht weg mit Mahnen. Eine Hälfte aus Eisengitern und die anderen. Weg der. Das Fleisch musste da sein. Piss dich. Da. Ey. Oh, nom nom. Sieht cool aus. Man kann hier kein Fleisch durchwerfen. Bisschen. Na doch. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir bauen einfach immer mehr. Einfach random irgendwas hin. Ah. Ja. Warte, lass mich da auch mal ausprobieren. Mensch. Grüß dich. Ich mein. Ich kann da auch noch Zäune drin. Hahaha. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, der Klaus soll oben bringen das jetzt noch ganz cool. Ich hab keine. Ich hab keine Zäune. Ja, ich auch nicht. Ich hab jetzt nur noch den. Sepp. Warum? Er macht das Kabel. Er setzt alles. Wenn er nicht hat, macht er statt des Kabel. Der hat mit den. Mit den Glowstone ist jetzt echt ein bisschen. Ja, den Glowstone kann man ja hier dran hängen. An die äußern. Warte, wir können jetzt einmal hingehen. Das jetzt hier umdrehen quasi. Ne. Was bringt das jetzt? Hallo. Hahaha. Was? Ich hab keine Zäune mehr. Ja. Was schon. Was machst du denn hier? Sepp, gib mal alle deine Zäune, die du hast. Hallo, Sepp. Hahaha. Hallo. Was willst du? Ip. So. Und direkt mal Time Day machen. Guck mal Sepp. So? Ey. Meinst du? Ja. Das sieht aus wie so. Oder einfach. Da Glowstone dran hängen. Da wo Kabelstol ist. Könnte man auch machen. Kann man aber auch lassen. Die ganzen Dinger, die auf dem Boden sind, sind voll nervig. Ich hab die nicht gesetzt. Ja, ich war das. Was für Dinger, die auf dem Boden sind. Ja hier, die Fackeln. Wir haben mir ein. Wir haben einen. Keine Ahnung. So. 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 Jetzt fast. Oh. So. können denn das auch hier im eigenen bereich ist man soll schon ein machen ja immer so ein drein hat trägt so eine säule vom kub da kann man die vielleicht aufsplitten sondern links und rechts ja habe ich mir auch gerade so vorgestellt alles habe ich kein mehr damit seine treppe hin aber auch mal im treppen zwei stück für eine trotz kann man nur einer der anderen drei weg das will ich sehen und regt hier runter ja zäune eisenzäune gut da habe ich noch zehn wohin er braucht ein stück hier links und rechts ja genau ja so sieht das doch nice aus ja das ist zu viel da könnte auch ein körper zum blocken dann gucke ich mal von da drüben aus das ganze jetzt wirkt scheiße ja ich komme auch noch mal am ende gucken was ihr hier überhaupt so fabriziert habt ja möchte ich nicht ich gehe weg möchte nicht dass du hierhin kommst ja sehr interessant ja hauptsache hauptsache die kiste fliegt da rum das haben wir gerade gebaut guck hier kann man so runter gehen ja sehr sehr interessant ja 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 ich war ins dorf und guck von da aus das sieht das scheiße aus besonders habe ich dann angefangen das hier so zu ändern und dafür hat aber dann nicht weiter gemacht weil ich glaube das ist natürlich schon mal sehr gut naja hast du das jetzt gerade zum titel gesagt ne zu dir so ja okay dann geht das ja warte wie war das denn jetzt so ne abenteuer warte wie war das denn ja hier sind die kühe wo sagt ja hier doch ja hallo hier ja hier ja hier 88 x 88 mc nein ja mc fail ja ist aber wieder weg btf macht ja mal wieder kleiner ahja hab schon gedacht der hat schon wieder wie früher angefangen ja woher weißt du noch in einem raumschiff ja alles voll mit glas war ja hallo kleiner mann was geht ab das am besten pack doch gar nicht rum kann schon fast laufen wirklich da mit ex mit 4m unbreaking 1 wie gut ist das denn weil das hole ich mir jetzt die emerald mit der rome wenn er mir ein koppelstern haben wir alle mit nein mein koppelstern ist weg gut der golem hat blümchen dankeschön hier hier guck mal ich helfe fleisch boah da ist ein kleiner mini-ampel sieht so behindert aus kann man nicht die sind zu dumm zu wer hier drin war das hier drin ist ja zu dem du wolltest 16 kohle kriegt wo bist du denn hier drinnen hier hier ja ach da ja warte kann man doch von draußen haben kam es dort ja lila mann war das lila ne oma kann ich nicht anhandeln jetzt geht das gesicht von dem wieso ich hatte den zu ach so ich bin tadeos und 4 1 auf den hacke auf den hacke auf den hacke ich hab am rechner 1 auf den hacke auf den hacke schorsch na wir haben aber auch den hacke ende da kann ich auch wieder nicht handeln immer so diesen hacke schorsch hacke peter der kacke peter hacke peter der 1 mc ist scheiße der kacke die schwarze nicht weg verarscht mich die ganze zeit hier wir sind hier die anderen reichen hier brauchen ab jetzt wer hat mich und die eischen 25 Ich auch. Ja, Level 0. So, wir sind auch schon drüber. Gleich 4 Minuten. Hallo kleiner Junge. Mensch. Die sind halt einfach nur klein. Die sehen aber halt genau so aus. Das sind einfach Lilliputaner. Ja, genau. Das ist ein Lilliputaner. Oh, bist du ärgerlich auf mich jetzt? Holst du jetzt ein bisschen? Bist du ärgerlich auf mich jetzt? Boah, wie schaut das so scheiße aus? Hattest du das Titten oder sind das Arme? Was? Die hat wohl den Vorbau. Als wenn das die Hände sind. WTF? Guck mal die auch. Ist das scheiße ey. Sind das Titten oder sind das Arme? Das ist Titten. Guck mal der auch. Die ganzen NPCs rennen hier oben ohne rum. Ey. Brüste. Guck mal das nicht hochladen. Tietze, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Michael, guck mal der kleine, der hat auch Brüste. Das ist Will Smith als Titten, klein. Machst du doch auf dicke Lippe oder was ey? Jetzt rennt er. Besonders, der hat ne Männerhandtasche. Hahahaha. Hahahaha. Das ist jetzt am Regnen. Ey, die haben alle so ne Bienenhante Handtasche. Die Männer auch. Das ist wenn der rumhüpft. Das ist für ne Handtasche. Guck mal. Guck mal, geh noch mal woanders verstopfen, alter Thaddeus. Ja, tschüss. Siehst du nicht, der hat ne Männerhandtasche, der Schmatte. Hahahaha. Der Kleine. Du, die einfach sind da rein, raus, rein, raus. Jetzt springt der Kleine hier so behindert rum. Ja, die müssen sich gut zurücknen. Das Geile ist halt, dass der Kleine, aber von der Funktionsweise, von der Größen, großen Funktion, genauso groß ist wie anderen. Wie die anderen, weil er nämlich genauso hoch springt. Als wenn der zwei Blocke hoch wäre. Hahahaha. Hast du das gerade gesehen? Wo der hier rumspringen war? Nö. Komm, mach mal hier. Wir haben schon 6 Minuten drüber jetzt. Ja, dann heul doch. Gib dir gleich. Guck mal jetzt, wie der Magier Turm jetzt aussieht. So, im Dunkeln so. Voll am Leuchten das Ding. Toll. Oh, superb. Egal, komm. Dann würde ich sagen, äh... Dann danke fürs mitmachen. Hä? Sieht ja genau gleich aus. Nur rund. Ja. So, und ich wiederhole mich ungern nochmal. Dann sag ich mal danke fürs mitmachen. Jo. War lustig, nicht? Äh, du warst auch nicht lustig. War gar nicht lustig. Nee, war überhaupt nicht. War voll unlussig. Sie war voll scheiße, also. Pissig. 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 Warum kann ich die nicht schlagen? Weil pvp aus ist. So ein scheiß. Ey, tu mal. Ja, egal. Alles klar. Dann sagen wir mal danke fürs zugucken und bis zum nächsten Mal, wa? Jo. Tschüss. 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 Tschüss.